Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Heute in dem Video geht es mal wieder um Basic Fakten und zwar um dein Wissen aufzupolieren zu allen Amazon Gebühren. Das ist natürlich ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn du dich interessierst Amazon Händler zu werden, damit du auch weißt, was es dich alles kostet. Und natürlich, wenn du ein Produkt gefunden hast und weißt, was das Produkt kostet, damit du weißt, was hinterher noch alles runterkommt, wenn es verkauft wird. Das Video habe ich schon mal gemacht, aber ein klein bisschen ändert sich ja immer mal. Deswegen dachte ich mir, ich mache eine neue Version für 2020 damit. Alle Fakten und deswegen geht es an meinen Computer und wir gucken uns jetzt direkt an, was es alles an Kosten gibt, wenn du Amazon FBA betreibst. So, los geht's mit dem Thema Amazon Gebühren in 2020. Was erwartet dich also, wenn du als Verkäufer startest? Ich habe mal alles hier in dem Video zusammengefasst, in Stichpunkten, dass du die Info gleich hast, aber ich zeige dir auch, wo du die Info auf der Amazon Seite selber finden kannst. Deswegen die erste Frage, ist Amazon teuer? Was erwartet dich, wenn du auf Amazon verkaufst? Und das lese ich häufiger in den Anfängerdiskussionen, dass manche sich beschweren, Amazon ist zu teuer, ich habe eh keine Chance. Und das ist erstmal die erste Verantwortung als Händler, erstmal ein Produkt auszuwählen, was überhaupt diese ganzen Kosten abdecken kann und dann Gewinn macht. Und sind die Kosten eben hoch oder tief, da musst du den Spieß mal umdrehen und zu sagen, wenn ich ein Geschäft habe und lege von anderen Leuten deren Produkte rein, die ich dann verkaufe, mit was gebe ich mich denn dann zufrieden? Da müsstest du sicherlich sagen, ich gebe mich nicht irgendwie mit 1% vom Kuchen zufrieden, sondern ich will ein bisschen mehr. Ich kann dir sagen, so der typische Einzelhändler, der will sicherlich bis zu 50% in manchen Nischen wahrscheinlich sogar mehr haben. Also, das mal so als Vergleichsmaßstab, was Amazon möchte und von dem Punkt aus gucken wir uns das jetzt an, was Amazon eigentlich haben möchte. Als erstes starten wir dann nämlich mit deinem Zugang zum Seller Central. Das Seller Central ist das Portal, worüber du deine Artikel listen kannst und die Kommunikation mit Amazon machst. Und da haben sie zwei Tarife. Sie haben ein Tarif für Einzelanbieter, wo du vielleicht nur so eine Art Flohmarkt betreibst, wo du vielleicht private Einzelstücke von dir verkaufst. Und für die ist das ideal, die eben vorhaben, nicht viel zu verkaufen. Und die zahlen monatlich keine Grundgebühr. Die zahlen aber schon mal 99 Cent pro Artikel, den sie überhaupt verkaufen. Das heißt, wenn du im Monat nur 1, 2, 3, 4, 5 Artikel verkaufst, lohnt es sich nicht, Grundgebühr zu zahlen. Deswegen ist der Tarif da genau richtig. Der nächste Tarif, den sie haben, ist der Professional Tarif. Und der kostet 39 Euro Grundgebühr im Monat. Und das wird häufig überlesen. Das ist nochmal plus Mehrwertsteuer, kommt also nochmal 19% drauf. Das sind wir bei so um die 46 Euro. Und die zahlst du einmal, um das Seller Central zu nutzen. Andererseits, um weitere Services zu haben, die der Einzelanbietertarif nicht hat. Das ist zum Beispiel der Amazon Support. Du kannst dir jederzeit, wenn du irgendwas nicht verstehst, Amazon ein Ticket schreiben und sagen, ruf mich zurück und leite mich an. Und dann bekommst du den Amazon Support am Telefon, so häufig du willst. Und dann weitere Dinge, wie zum Beispiel, dass du Werbung schalten kannst und so weiter. Und dafür brauchst du eben den Professional Tarif. 39 Euro im Monat kostet das dich. Heißt also, im Vergleich zu dem Einzelanbietertarif, wenn du vorhast, mehr als 40 Artikel im Monat zu verkaufen, dann wird der Tarif günstiger, weil du zahlst diese 99 Cent pro verkauften Artikel nicht. Und als erfolgreicher Amazon Händler erwartest du sicherlich hunderte von Artikeln im Monat zu verkaufen. Und deswegen wollen wir definitiv den Professional Tarif, den brauchen wir, um Werbung zu schalten. Und der ist unterm Strich dann auch günstiger. Jetzt ein Tipp an der Seite. Wenn du dich vorbereitet hast und deinen Artikel vielleicht erstmal recherchiert hast, mit was du überhaupt startest und das ganze List ist und dann einkaufst, damit werden Wochen vergehen, bis du das Erste verdienst. Vielleicht vergehen sogar Monate, je nach deiner Geschwindigkeit. Und das sind dann vielleicht Monate, für die du schon den Grundtarif bezahlt hast. Einmal sind die Grundgebühr, ohne überhaupt einen Verkauf gemacht zu haben. Und das steht jetzt nicht wirklich in AGBs, aber aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, ab dem Moment, wo du verkaufst, reicht eine kurze Nachricht an den Seller Support. Und dann sagst du, hey, ich hatte jetzt meine Vorbereitungsphase, in der ich nichts verkauft habe. Gib mir doch bitte eine Gutschrift über die monatlichen Mitgliedsbeiträge und dann erstatten sie dir das Geld. Das heißt, wenn du jetzt Monate gebraucht hast, deinen ersten Artikel zu starten, dann bleibst du nicht auf dem Geld sitzen. Du musst es zwar zahlen, aber du bekommst es hinterher wieder gut geschrieben. Kann ich nicht für garantieren, aber aus meiner Erfahrung, jeder, der es bisher versucht hat, hat es zurückbekommen. Kommen wir dann zum ersten Tool, zum Amazon FBA Gebührenrechner. Das ist ein Tool, was du kennen solltest. Und da stelle ich dir jetzt zwei Methoden vor. Einmal den offiziellen auf der Amazon-Seite und einen deutlich praktischeren von Helium 10. Wir gucken nur kurz drauf, dass du weißt, worüber ich rede. Das hier ist die Seite vom Amazon FBA Gebührenrechner. Wenn du Amazon FBA Gebührenrechner eingibst in Google, kommst du hin. Wie gesagt, den Link tue ich mal hier in die Kommentare. Er ist zuerst mal grau. Du musst erst mal Artikel auswählen. Anhand dessen Beispiel rechnet er dir die Gebühren aus. Also wenn du sagst, okay, mein erstes Produkt starte ich jetzt. Such dir ein Beispielprodukt, was in die Nische genau passt, was genau den Preis hat. Und dann kannst du hinterher sehen, was das Ganze kostet. Also sagen wir zum Beispiel, du willst auf Amazon starten mit Plattenspieler für Katzen. Und dann suchst du dir so ein Produkt, was genau sowas anbietet, wie das hier. 18,23 Euro kostet das Ganze. Dann brauchst du die ASIN. Das ist die Amazon Artikelnummer. Die steht immer hier in den zusätzlichen Produktinformationen. Die kopierst du dir. Und dann fügst du sie hier ein in den Amazon FBA Gebührenrechner. Und dann wird genau dieser Artikel geladen. Jetzt kannst du entscheiden, willst du den Artikel selber versenden oder willst du ihn von Amazon versenden lassen. Wir machen mal beides im Beispiel. Wir sagen, wir wollen den für 19,99 Euro verkaufen. Und dann klicken wir hier unten auf Berechnen. Und dann füllt sich das Ganze mit Zahlen. Dann sehen wir, wenn wir also Amazon FBA benutzen und den Amazon Versand benutzen, dann haben wir erst mal Einnahmen von 19,99. Aber danach werden Gebühren fällig. Und das sind dann 3 Euro, die uns Amazon von den 19,99 berechnet, wenn wir das verkaufen. Das sind nämlich 15%. 15% ist in den meisten Kategorien so, aber nicht in allen. Da kommen wir noch gleich drauf. Dann können wir noch weiter gucken. Wir sehen auch noch, was uns Amazon für den Versand berechnet. Weil alles, was wir per Amazon FBA anbieten, ist ein Prime Produkt. Prime heißt wiederum, kostenlos für die Amazon Kunden geliefert zu bekommen. Das heißt, wir haben noch einen zweiten Posten an Versand. Und auch da ist Amazon unschlagbar günstig. Die haben so günstige Tarife mit den ganzen Paketdiensten. Da kommen wir typischerweise nicht dran, wenn wir es selber verschicken wollen. Deswegen ist eben der zweite Posten Versand. Und dann sehen wir hier, was übrig bleibt, wenn die Amazon-Verkaufsgebühr abgezogen wird und die Versandkosten abgezogen wird. Das sind dann nämlich 13,71 Euro. Wir können aber bei Amazon auch sagen, wir verschicken selbst. Dann sind es immer noch 3 Euro Verkaufsgebühren. Dafür, dass wir die Amazon-Seite nutzen, für den Verkaufsprozess einen Kunden zu finden. Der Kunden bezahlt natürlich an Amazon und Amazon leitet uns das Ganze weiter. Dafür verlangen sie einfach diese 3 Euro. Jetzt müssen wir es natürlich selber verschicken. Und jetzt können wir sagen, wir bezahlen 4 Euro, wenn wir es selber verschicken. Und jetzt schauen wir auch nochmal und sehen wir, dann würde, wenn wir es selber verschicken, 12,99 Euro übrig bleiben. Immer so kann man sich das dann hin und her rechnen, wenn man sich das angucken möchte. Wie gesagt, wenn du Amazon FBA betreibst, die zweite Spalte ist für dich wichtig. Eine Alternative möchte ich hier zeigen zum Amazon FBA Gebührenrechner. Dann hast du nämlich dieses kleine Fenster drin und da ist hier auch dieser Calculator drin. Und mit einem Klick zieht dir sich alle Daten aus dem Listing, was du offen hast. Und dann siehst du alles, was du gerade auf der Seite bekommen hast. Das macht es also ein bisschen schneller und einfacher. Kannst du immer direkt auf dem Listing kurz nachgucken, was sind das an Kosten in dieser Kategorie. Und dieser Rechner hat den großen Unterschied, er zeigt dir auch nochmal die Lagergebühr an. Von Januar bis September und von Oktober bis Dezember dann wiederum hier in zwei Spalten. Das macht der FBA Calculator nicht. Also hier siehst du auch nochmal die Lagergebühr. Das sind bei diesem Katzenplattenspieler, was natürlich auch schon wieder eher ein größeres Produkt ist, 20 Cent pro Monat. Und dann siehst du hier unten direkt, was übrig bleibt. Auch das wieder aufgeteilt zwischen Januar und September, Oktober und Dezember. Was dann eben Bezug nimmt auf die verschiedenen Lagerkosten in den Zeiträumen. Du kannst hier auch nochmal alles ändern, wenn du weißt, dass du bei deinem Produkt noch was zusätzlich hinzugeben wirst, weil du vielleicht ein Bündel machst. Da kannst du dein Artikelgewicht ein bisschen schwerer machen oder die Verpackungsgröße ein bisschen abändern. Also du bist hier super flexibel und hast alle Zahlen. Und das Beste, das Ganze ist kostenlos. Dafür brauchst du eben Google Chrome, den Browser, den hast du hoffentlich. Dann musst du dir noch einen Test-Account machen. Link tue ich auch hier drunter, wo du den kostenlosen Helium 10 Account bekommst. Also das ist wirklich ein Tool, was ich ständig benutze. Das sind jetzt die größten Kosten, aber noch nicht alle und auch nicht jedes Mal, wie wir sie genau berechnen. Gucken wir uns jetzt weiter an. Zum ersten haben wir gerade gesehen, da war die Verkaufsgebühr von 3 Euro, also 15% vom Verkaufspreis. Und die ist auch nochmal genau aufgeschlüsselt in einem Dokument. Das ist dieses hier. Da kannst du einfach eingeben, Amazon FBA Gebührenübersicht. Und dann kommst du hier drauf. Wie gesagt, auch hierzu ist der Link unter dem Video. Und da siehst du, in welcher Kategorie welche Prozentsätze fällig werden. Und das sind typischerweise 15%. Es kann aber auch unterschiedlich sein. In Kategorien, wo typischerweise wenig Gewinnspanne ist, ist sie niedriger, wie zum Beispiel in Computer. Da ist sie nur 7%. Computerzubehör 12%. Elektronik wiederum nur 7%. Fahrräder 10%. Baumarkt 12%. Lehrmaterialien wiederum 15%. Und so weiter. Wenn du hier runterscrollst, wirst du am meisten 12-15% lesen. Also wenn du dich für ein Produkt entschieden hast, dann kannst du hier aus der Liste gucken, wie hoch die genauen Verkaufsgebühren aus deiner Nische eigentlich von Amazon berechnet werden. Das war also die Verkaufsgebühr. Aber da ist noch eine Sache zu beachten. Manchmal lohnt es sich tatsächlich weniger anzubieten. Weil in dem Dokument, was ich dir gerade gezeigt habe, da gibt es auch manche Nischen, wo bis zu einem bestimmten Verkaufspreis ein geringerer Satz berechnet wird. Und ab einem gewissen Verkaufspreis dann mehr. Also zum Beispiel Beauty, da wird bei bis zu 10 Euro Artikelpreis nur 8% berechnet. Und bei über 10 Euro springt das dann auf 15%. Das heißt grundsätzlich, wenn du einen Artikel für 10 Euro verkaufst, dann sind es 80 Cent, die du hinterher am Amazon bezahlen müsstest. Wenn du aber sagst, ich möchte meinen Artikel für 10,50 Euro verkaufen, zahlst du fast doppelt so viel Gebühr. Und zwar 1,58 Euro. Das heißt, du machst weniger Gewinn, wenn du diese 50% mehr auf deinen Artikel verlangst. Das musst du dann unbedingt beachten, ob es da so eine Staffelung gibt in der Kategorie, wo du anbietest. Weil dann kann es sein, dass du weniger verlangst, dadurch natürlich mehr verkaufst, aber auch pro Artikel mehr dran verdienst. Und das willst du dann natürlich unbedingt mitnehmen. Kommen wir zum letzten großen Posten. Das ist natürlich die Versandgebühr. Spielt natürlich keine Rolle, ob du es selber versendest oder von Amazon versenden lässt. Weil entweder zahlst du es an Amazon, weil du deren Logistikverträge nimmst. Oder du versendest selber und zahlst natürlich beim selber versenden. Das ist einfach ein Posten. Den musst du hinterher auf den Preis drauf kalkulieren, weil der Kunde den einfach mitbezahlt. Das Dokument findest du, wenn du im Google suchst, nach Amazon FBA Versandgebühr oder Lagergebühr. Oder du klickst eben unter dem Video auf den passenden Link dafür. Da wird die Lagergebühr und die Versandgebühr berechnet. Und das hängt erstmal von der Größe ab. Und hat Amazon erstmal für Produkte, die besonders klein und leicht sind und unter 10 Euro kosten, einen Extratarif. Die meisten FBA-Produkte sind aber preislich höher oder größer. Deswegen überspringe ich das mal. Dann kannst du hier anklicken, wo es reinpasst. Passt es eben in einen kleinen Briefumschlag und ist maximal 1 cm hoch. Oder passt es in einen großen Briefumschlag und wiegt es bis 960 Gramm. Dann bist du bei 2,84 Euro dabei, wenn dein Artikel in Deutschland gelagert wird. Das sollte für die meisten zutreffen. Über die anderen Sachen hier würde ich mir erstmal keine Gedanken machen, wenn du erstmal vor hast, in Deutschland anzubieten und in Deutschland zu lagern. Wenn es jetzt größer ist und es muss in ein Paket, dann spielt auch nochmals genau Gewichten eine Rolle. Also sind es zum Beispiel zwischen 400 und 900 Gramm, dann sind es 3,58 Euro. Also bekommst du auf den Cent genau die Versandgebühr, die dir berechnet wird. Und ein Paket, was über ein halbes Kilo wiegt, für 3,58 Euro zu versenden. Da ist natürlich auch nochmal der Karton drin, das Klebeband und der gedruckte Aufkleber. Also für den Preis bekommst du es wirklich nicht selber verschickt. Und das ist auch nochmal ein Vorteil, die große Macht von Amazon zu nutzen. Gerade auf der Seite haben wir schon gesehen, es gibt auch noch eine Lagergebühr, die es in dem gleichen Dokument erläutert. Auch da gibt es wieder verschiedene Kategorien, was das bestimmt. Der Betrag ist pro Artikel ziemlich klein. Es zählt aber schon mal, wie groß es ist. Es gibt eben Standardgröße und Übergröße. Deswegen erwähne ich es so oft in meinen Produktsuche-Videos. Schau, dass du was Kleines anbietest, nicht irgendwas wie eine Schubkarre. Weil das kostet viel, wenn du es importierst. Und das kostet auch nochmal viel, wenn du es bei Amazon lagern willst und versenden möchtest. Der zweite Kostenfaktor ist dann auch nochmal die Zeit. Zwischen Januar und September wird nämlich weniger fürs Lagern berechnet, als im Oktober bis Dezember. Warum von Oktober bis Dezember? Ganz klar, weil es gibt dann die große Rabattaktion um Thanksgiving und Cyber Monday und natürlich schließlich die Weihnachtseinkäufe. Und da ist der Lagerplatz so wichtig, dass man ein bisschen mehr dafür verlangt, dass Leute nicht unnötig Ware einlagern, die sie in dem Zeitraum gar nicht anbieten möchten. Zu sehen bekommen wir das auf dem gleichen Dokument, was uns auch die Versandkosten erklärt. Und zwar gibt es eben Standardgröße und Übergröße. Und das Ganze wird berechnet in Kubikmeter. Also musst du einfach wissen, wie viele Produkte passen in einen Kubikmeter. Wer kann dir das genau sagen? Das kann ja typischerweise ein Lieferant sagen. Der sollte solche Kenngrößen genau kennen, wie viel seiner Produkte man in einem Kubikmeter lagern kann. Ein Kubikmeter sind also 1x1x1 Meter. So ein sehr großer Karton, der in jede Richtung 1 Meter misst. Und da passen dann vielleicht schon 100 bis 500 Produkte rein. Und dann schlägt sich das um auf diese 26 Euro für die meisten Produkte. Bekleidung und Schuhe sind eben ein bisschen günstiger. 26 Euro sind es für den Rest von Januar bis September. 36 Euro pro Kubikmeter sind es von Oktober bis Dezember. Und das ist dann pro Produkt vielleicht einen Centbetrag. Darunter gibt es dann auch Beispiele. Hier ist zum Beispiel ein Toaster. Das ist jetzt schon ein relativ größtes Produkt. Der wiegt 2,2 Kilo, ist 25 x 18 x 17 Zentimeter groß. Also wahrscheinlich so groß wie ein Schuhkarton ungefähr. Wiegt eben über 2 Kilo. Und dann sind es für den Monat Oktober 29 Cent, die an Lagerkosten anfallen. Bei einer SD-Speicherkarte ist es natürlich viel, viel kleiner. Hier sind es für den Monat Oktober 0 Cent, die Lagerkosten einfallen. Weil die so klein sind, das ist noch nicht mal 1 Cent an Lagergebühren. Also hängt ganz, ganz fest von der Größe ab. Wir waren bei der Lagergebühr. War das schon die letzte Gebühr? Ja, fast. Es könnte schon die letzte Gebühr sein. Es könnte schon fast alles sein, aber nicht immer. Amazon hat noch ein Angebot, das du nutzen kannst, aber nicht nutzen musst. Das ist der Amazon Etiquettier Service. Auf jeden Artikel, den du nach Amazon schickst, zur Einlagerung im Lager, muss ein Barcode sein mit deiner Amazon Artikelnummer. Und der muss drauf sein, damit es eingelagert wird. Dieser Barcode gibt dir vor den Versand Amazon, dass du ihn draufdrucken kannst. Falls du es aber nicht machst, weil du eine Möglichkeit nicht hast, berechnet dir Amazon 15 Cent pro Artikel, den du einschickst. Wenn du natürlich ein paar hundert Artikel einschickst, dann läppert sich das. Und das ist eine Sache, die dir die meisten Hersteller anbieten, kostenlos zu tun. Du willst vielleicht sogar dein Markenlogo irgendwo auf die Verpackung drucken lassen und dann vielleicht sogar noch deine Anbieterinformationen. Und dann kann genauso gut auch noch eben diese Amazon Barcode drauf gedruckt werden. Die meisten Hersteller machen das kostenlos und dann sparst du dir diese 15 Cent. Da würde ich natürlich dann vorher dran denken, bevor der Druck gemacht wird, dass du dem Hersteller deiner Ware auch noch diese Info gibst. Aber eben, falls du keine Möglichkeit dazu hast, macht es Amazon für dich für den Preis von 15 Cent pro Artikel. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist keine Amazon Gebühr, aber das sind Kosten, die abgezogen werden, wenn Ware die Hände wechselt. Und zwar ist die Mehrwertsteuer. Davon kannst du dich befreien lassen, gerade als Anfänger. Deswegen habe ich die auch nochmal zum Schluss aufgeführt. Das ist natürlich 19 Prozent in Deutschland. Wenn du also einen Artikel verkaufst für 10 Euro, musst du 1,90 Euro Mehrwertsteuer ans Finanzamt wieder zurückführen. Wenn du ein Anfänger bist und du verkaufst momentan noch weniger als für 22.000 Euro Ware im Jahr, dann kannst du dich davon befreien lassen, dann musst du die nicht zahlen und dann ist es bei deinem Verkauf Geld, was in deiner Tasche bleibt. Deswegen kalkuliere das mit ein. Wenn du weißt, dass du im ersten Jahr schon über 22.000 Euro Umsatz machst, aber du musst es nicht mit einkalkulieren, falls du noch drunter bleibst. Dann kannst du nach deiner Gewerbeanmeldung beim Finanzamt darum bitten, dass du ein Kleingewerbe bist und du dich von der Mehrwertsteuer befreien lassen willst. Das machen sie dann für dich. Und damit sind wir schon beim Ende vom Video. Ich hoffe, es war übersichtlich. Ich bin auf alles im Detail eingegangen, aber ohne zu tief zu gehen. Deswegen eben für die Leute, die es wollen, nochmal die Links hier unter dem Video. Und jetzt eben die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe, ist Amazon teuer? Also schreib du mal in den Kommentaren fair oder unfair. Was hältst du davon, dass du diese Amazon-Verkaufsgebühr zahlst, dass du die Amazon-Seite nutzen kannst, wo du an die Kunden kommst von Amazon? Da sind wir auch schon durch mit allen Stichpunkten. Und damit weißt du jetzt genau, was dich erwartet an Amazon-Gebühren, wenn du auf Amazon.de Produkte verkaufst. Also, ich hoffe, du fandest das Video aufschlussreich und hast dir ein paar Notizen dazu gemacht. In jedem Fall würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben klickst, damit ich ein Feedback von dir bekomme. Wenn du solche Videos wie diese hier informativ findest und natürlich, wenn du auch neu auf dem Kanal bist oder noch nicht abonniert hast bisher, dann mach das doch jetzt. Klick mal hier unten auf das Abo-Zeichen, auf das Glockensymbol daneben, weil dann lässt dich YouTube immer Bescheid wissen, wenn ich ein neues Video wie das hier rauflade und du siehst es als einer der Ersten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.